Einen wunderschönen guten Morgen aus Kitzbühel. Ich darf euch heute eine 85 Quadratmeter große Trassenwohnung vorstellen. Das Tolle an dieser Wohnung ist, wir haben einen traumhaften Ausflick auf den Harnikamm in der Stadt Kitzbühel. Was an der Wohnung auch noch sehr besonders ist, wir haben einen begehrten Freizeitwohnsitz, also eine Freizeitwohnsitzwicklung. Aufteilung von der Wohnung, wir haben offenes Wohnung und Essbereich, Küche ist extra, könnte man natürlich auch kombinieren, Küche essen. Dann Badezimmer, wir haben zwei Schlafzimmer mit einer schönen Grüße, Gäste-WC und natürlich gehören zur Wohnung ein Garageplatz und ein Kellabteil mit dazu. Ja, wenn man Ihr Interesse...